Was hast du denn so eh? Da ja! Super, können wir das alle noch andrücken? Weißt du, was ich mich grad vorher überlegte? Na Ähm, du kriegst jetzt ein... Wenn du im Levelbereich bist, wenn du Pflanzen oder Erz oder was auch immer anpasst, kriegst du ja Vorrangspunkte. Ja Was ist denn, wenn du ein Fünferdrossen bist, kriegst du dann ein Gold dafür? Nein, du kriegst glaube ich auf gar nichts. Das ist ja voll der Beschiss! So, wo müssen wir denn alles hin? Du bist ja vorbeigelaufen? Ja So, ich mach dir mal verkackt da. Ach, verlassen nicht killen. Aber Robo, die fette Fleischweste kannst du nicht killen, da war noch. Ja Der Gori! Der hat nen Namen. Der war alles ja noch lieber eingestellt. Ja Ich plapp einmal mit dem. Mal schauen, ob ich Flickwerkisch kann. Gori wollt immer Bauer sein. Irgendwie lieb haben sie es ja gemacht vor dem Jahr. Wenn man das richtige Werkzeug hätte, er hat schon große Sichel in der Hand. Hm, das stimmt. Na was, das gibt's nicht. Wenn ihr genug, wenn ihr denkt, fällt immer der Heal. Immer das gleiche von dem her. Also, ich glaub, wenn's ähm... Als zweiter Gruppen Tank und Heal spielst. Das glaub ich immer äh... Nein, nachher fallen die Damage Tealer. Das ist normal. Es erscheint mir am logischsten. Auf jeden Fall, um... Einmal hab ich probiert, Aumulton als Tank. Um 3 in der frühe. Hab ich glaub ich 10 Minuten g'wart, weil kein Damage Tealer da war. Ja, ja. Nein, Gori. Du zwölf, dann greif mich schon für. Äh, doch. Du bringst dich gar nicht um. Ich krieg noch Einschultern. Aha. WTF? Du hast zu mehr Quests geschlossen wie ich. Wir fallen nur 7. WTF, warum hat's mich grad noch unter sich... Ehh, warte... Was? Ah, deswegen. Weil ich hab die Karte auch gemacht und hat mich irgendwie verdruckt. Oder ich war zwei drüben und... ja. Lure. Lure. Jedenfalls, ich hab auch einmal im Unterstatt gesehen. Ist auch nicht schlecht. Wir nüsst schon unsere Feinde aus da. Juhu. Darf ich endlich wieder was sagen? Na, endlich! Komm, Stieglina, Stieglina, Stieglina. Also, ich bin dort. Betrayed. Ja, das fängt die 7 Quests kein Sting sein. Orst Summonsert. Nein, man, die... Liebe liegt in der Luft. Also, das meinst? Oder die Angel-Quest, was ich gemacht hab zwischendurch. Das ist möglich. Für den der ja. Herr Gott noch einmal! Und jetzt warten wir schon wieder auf dem Heel. Ungesund aussehendes Gemüse. Ja, bitte schau her! Der ist geil, der Obstgeist. Ich weiß. Der hat kein was. Der hat nen Opflauffel-Chef. Der ist geil, ja. Aber letztens, als ich mich grinst. Aber letztens, als ich mich grinst. Oder der verdammte Ding. Auf dir Troll noch? Ja. 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 Und wie schaut die Mais... Weil du stirbst, das weißt, gell? Ja. Ja. Hast schon alle Obstgeist? Drei von vier haben wir. 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 Warte, weil ich schon ewig war. Für alle begrüßen. Dach. Dach. Na Schott, der Troll ist nix mitgekommen. Wär witzig. Ja. Warte, kuck mal. Dach, 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 dach. Da haben schon wieder keine Quests. Wohl, das sind die zwei da vorne. Das hat sich alles verändert. Eigentlich brauchst du nur mal die Hallway nicht machen. Sag dir, du hast geschaffst das von irgendwen angriffen wärst. Er hat's geschafft. Jo. Bist denn du? Ich war bei die Quests da vorne. Jetzt muss ich mal schauen. Sind alle auf mich? Die Albumar. Das ist ein Jero. Wo bist du? Die können wir alle in Ruhe lassen. Die greifen nicht an. Die können wir auch so schnell vorbei. Alter, wie schafft denn die das immer? Wer immer geteilt hat, danke. Bitte. Es wäre schön, wenn mich mehr hielt. Es wäre wirklich schön. Okay, so das. Du, wenn sie sterben, wollt's gern. Es wäre schön. Es wäre schön. Es wäre schön. Jetzt muss ich da sogar schon Haltrank trinken. Die loot aus Versehen. Es wäre schön. 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 Die 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 Sesam öffne dich Früher hast du immer einen Schlüssel gebraucht für das Hm Ich würde ihn nicht einmal löschen für die 80er Weit Da? Ja War das nicht da? Wie wir mal gespült haben Ich weiß nicht irgendein Logo in Ich bin ja mal mit dem Shami 85 gestorben Weil ich jetzt viele Viecher am Arsch gehabt hab Ich glaub das war da Möglich Na das war aber mit 80 War der 80 Ja Weil damals hat es ja Und zum Verdacht Weil damals hat es ja noch viel mehr Viecher gegeben So, liebe Herr Hunter Wenn du willst jetzt lass ich dir aber sterben Okay Breaks 4 4 4 5 6 5